Hallo und willkommen zu meinem ersten Video. Wir spielen heute Forsa Motorsport 7 und Ziel ist es, den zweiten Sieg in Dubai für den Forsa-Teil einzufahren. Forsa spiele ich mit Tastatur, daher sind Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle an. Weil es mein erstes Video ist, erwartet nicht unbedingt, dass ich während dem Rennen allzu viel rede. Und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal das Rennen. So, der Audi ist leider nicht mein Lieblingsfahrzeug, da er sich ein bisschen behäbig fahren lässt. Ich habe auch so meine Probleme generell mit Audi, wie TT und RS, fahre ich nicht unbedingt allzu gerne. Kommen wir doch etwas schwerfällig vor. Da habe ich noch ein Untersteuern. Ich werde mit den Audi einfach nicht warten. Ja, das ist blueberries. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020